ich brauche noch ein faden junges gibt es gutes schaf hilfe mal so bekomme ich da jetzt irgendwas hat sich richtig gelohnt das war nix muss ich fäden suchen spinne da ist eine oder könnte eine sein oder auch nicht kann ich seine sitze keine spinnen gibt aber ich raste hier aus wenn man sie brauchen sie nicht da wenn man sie nicht brauchen sie so massenweise da ist das nicht ein spinner spinnen wo seid ihr wo soll ich brauche ein fucking faden an ein aber ist das das kann doch nicht wahr sein ich krieg hier in krise vorbauen müssen ein skelett brauche ich nicht kursricht das kann doch nicht sein es gibt hier keine spinnen oder was schweine schweine priester das hier ist sind das keine ahnung keine ahnung tot blatt gemacht so gehört sich das mein platz ich will ja nicht unhöflich sein aber ich weiß nicht wo die spinnen sind spinne ich bin ich bin ich bin die kurs train weil wenn ich den werfer kann ich das nach oben schießen oder theoretisch schon aber es macht ja auch gar keinen sinn oder wenn ich den werfer bau nachher doch und wie hoch kommt werfer keine ahnung gibt es keine spinnen das ist das ist doch es ist doch ätzend sowas es kann nicht sein einer das gibt es doch gar nicht schwarze schwein ist das schwarze schwein oder das ist aber aus also wie so ein alien schweiner guckt durch das manio es gibt hier keine spinnen vielleicht ist da eine dritte vielleicht für glück ich sehe nichts freunde ich sehe gerade nichts bekomme ich auch aus hallo ok eine höhle ohne lampen die lampen genau ohne gedings ist eigentlich irgendwie was wichtiges tja ja jetzt kann man gleich spinnen ja jetzt geht es los jetzt hier spinnen erwacht wo seid ihr freunde kommt hier oder hier unter hier unter mir noch nie gewünscht dass so eine schnelle nacht wird müssen wir gleich spinnen um flitzen spinnys wo seid ihr auch hier sogar labe aua gefährlich schweine gibt es ohne ende kühle gibt es auch noch ein paar haben wir gut geerntet so jetzt müssen wir langsam mal hier ein das endelman oder scheiße komm ich mach mal komm ich greife jetzt an just for fun wenn wir es können und dann und dann die ginge fix das das ging ja schnell da sind die spinnen da die genau die brauche ich jawohl es gibt sogar mehrere ja ist das mini endermann los komm her da gibt es auch gleich für die fresse guck mal mini endermann der hat ja gar nichts gemacht ist ja los und er ändert alles wichtig das mega sind haben wir jetzt vier euro läuft ok wir haben es tschüss so uah so tele wie war das jetzt jetzt brauche ich davon noch drei drei stöckerlis stöcker zack und jetzt muss ich dahin laufen und das muss ich denen die bauen war das so oder so ich glaube ne so und dann und jetzt müsste ich ja theoretisch mal testen stell dir her und wirft er nichts du trägt ding werf was für mich da wieder ausprobieren probiert das mal mehr platz da so wir brauchen aber ich brauche dieses hier oben und jetzt es ist hingeschossen einer versuch ok aber da muss ich immer an machen das ist ja bescheuert dann muss ich mich mal schlau machen wie ich das das gerät von also auf jeden fall irgendwie so was habe ich damit vor gehabt keine ahnung weil das lager ist etwas zu klein weil er müsste die kiste immer weiter unten und das ist blöd da habe ich nämlich gedacht dass es denn hier so ist oben füllste und hier kommst du runter weil das ist nämlich übel tief laufen schließt das dann werde ich hier die leiter platzieren und da drüben auch eine leiter machen die leiter müsste dann etwas rüber geht das denn überhaupt technisch mal gucken mal gucken ja das geht perfekt könnte dann hierher kommen schnauze mit fenster müssen auch machen es zieht immer noch hier sieht schon seit ewigkeiten hier hallo ja gut okay jetzt mache ich jetzt mal eine aufnahmepause dankeschön für eure aufmerksamkeit wir sehen uns in der nächsten folge wieder und bis dahin warte mal warte mal schöner bis dann tschüss ja ich Untertitelung des ZDF, 2020